Was ist der Vorschlag für eine Lohnfindungskommission? Was ist der Vorschlag für eine Lohnfindungskommission? Tarifpartner heißen aus meiner Sicht, weil sie Tarifverträge schließen, für deren Inhalt sie dann hinterher auch gerade stehen müssen und die Verantwortung und die Konsequenzen tragen müssen. Das ist bei dem Vorschlag der Union nicht der Fall, sondern hier werden von den Spitzenverbänden DGB, BDA-Vertreter benannt. Der Lohn, auf den sie sich hinterher verständigen, betrifft sie aber selbst nicht konkret. Das heißt, Entscheidungsbefugnis und Haftung fallen beim Vorschlag der Union auseinander. Die Tariföffnungsklausel, die ja angeblich in dem Vorschlag die Tarifautonomie war, verfehlt nach unserer Auffassung dieses Ziel. Ich glaube, in Zukunft würde in Deutschland kein Tarifvertrag mehr geschlossen, der unterhalb der allgemeinen Lohnuntergrenze liegt. Dies umso mehr als in dem Vorschlag ja auch die Nachwirkung bestehender Tarifverträge zeitlich begrenzt werden soll. Und es hätte aus unserer Sicht negative Auswirkungen, insbesondere auch auf Arbeitssuchende mit geringerer Qualifikation. Der Vorschlag ist auch deswegen praxisuntauglich, weil er für Unternehmen mit Sitz im Ausland keine bindende Wirkung hat. Das heißt, mit ausländischen Tarifverträgen könnte die deutsche Lohnuntergrenze unterlaufen werden. Ergebnis, kleine Unternehmen werden benachteiligt, die großen weichen in die EU aus. Ich finde verfassungsrechtlich auch bedenklich, dass sich die Politik zu einer 1 zu 1 Umsetzung verpflichtet. Die Bundesregierung soll an die Entscheidung der Kommission gebunden sein. Damit gäbe das Parlament nach einer grundsätzlichen Entscheidung das Verfahren in einer Frage von überragender gesamtwirtschaftlicher Bedeutung quasi aus der Hand. Dass die Union offenbar selbst nicht an die Objektivität und auch Konsensfähigkeit der Mindestlohnkommission glaubt, zeigt, dass in dem Vorschlag breiten Raum einnimmt ein Schlichtungsverfahren für den Fall, dass sich die Mitglieder der Kommission nicht auf einen gemeinsamen Vorschlag verständigen können. Dass im Zweifelsfall das Los über den Schlichter entscheiden soll, macht aus unserer Sinn die Lohnfindung zum Glücksspiel. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die deutsche Tarifautonomie ist das Herzstück des deutschen Jobwunders, was in den letzten Monaten vielen Menschen neue Perspektiven gegeben hat. Und mit diesem Herz muss man sorgsam umgehen. Die deutsche Tarifautonomie ist allerdings durch zwei Elemente ganz entscheidend konstituiert. Einmal die Tatsache, dass nicht Politiker über die Lohnhöhe bestimmen und zum Zweiten, dass wir branchendifferenzierte Lohnhöhen finden. Beides würde die Union mit ihrem Vorschlag aufgeben. Eine solche Zentralkommission würde insofern die Tarifautonomie schwächen. Wir sagen als Liberale, wir wollen stattdessen ein System fairer Löhne. Fair für drei Gruppen. Nämlich für die Arbeitnehmer, die fair bezahlt werden wollen. Für die Arbeitgeber, aber auch für diejenigen, die erst noch einen Arbeitsplatz suchen, die Arbeitssuchenden in unserem Land. Und dieses System fairer Löhne, das gelingt mit der bestehenden Systematik, die wir in Deutschland haben. Man muss nochmal darauf hinweisen, in Deutschland gibt es ja bereits die Möglichkeit, Lohnuntergrenzen einzuführen. Der Regelfall sind auskömmliche Tariflöhne. Es gibt dann die Möglichkeit, branchenbezogene Regelungen auf Wunsch der Tarifpartner für allgemein verbindlich zu erklären. Und für die Fälle, wo weiße Flecken bestehen könnten, besteht schon heute in Deutschland die Möglichkeit des Mindestarbeitsbedingungsgesetzes. Die Union hat bis heute nicht erklärt, wie sie die Notwendigkeit einer Zentralkommission, einer allgemeinen Lohnuntergrenze begründet. Angesichts der Tatsache, dass über das Mindestarbeitsbedingungsgesetz bisher erst ein einziges Mal überhaupt nur eine Lohnuntergrenze für einen vorgeblichen weißen Fleck beantragt wurde. Diese Frage ist unbeantwortet. Insofern hat die Union hier präsentiert eine Lösung für ein Problem, wo sie selber nicht begründen kann, warum dieses überhaupt bestehen soll. Wir sagen, dass eine Zentralkommission, die eine einheitliche Lohnuntergrenze für alle Branchen, für alle Regionen, von Aachen bis Cottbus und von Flensburg bis Konstanz festlegen würde, nur zu einem führen würde, nämlich nicht zu höheren Löhnen, sondern nur zu höherer Arbeitslosigkeit. Und das lehnen wir ab. Im Gegenteil, wenn ich von Wegducken gesprochen habe, dann heißt das, dass man auch dann, wenn man keinen Handlungsbedarf sieht, sich hinstellen muss und das erklären muss. Wir haben in Deutschland unverändert 60 Prozent direkte Tarifbindung der Arbeitsverhältnisse. Wir haben weitere 20 Prozent der Arbeitsverhältnisse, die indirekt tarifgebunden sind. Wir haben für vier Millionen Menschen allgemeinverwindlich erklärte Mindestlöhne. Da muss man sich fragen, wo sind eigentlich die weißen Flecken, für die hier am Ende noch eine Lohnuntergrenze geschaffen werden soll. Problematisch ist eben, dass die Union erkennbar darauf hinaus will, dass es erst einmal diese allgemeine Lohnuntergrenze gibt und dann hinterher erst Tarifverträge und Abweichungen sozusagen kommen in der Reihenfolge. Wir sehen das umgekehrt. Für uns ist Tarifautonomie ein sehr, sehr hohes Gut. Die Tarifparteien sind diejenigen, die die Löhne setzen. Zu Recht haben das die Väter und Mütter des Grundgesetzes so gesehen. Und so soll es auch bleiben. Zu den häufig angeführten Friseurtarifverträgen in Ostdeutschland, insbesondere in Thüringen, muss man wissen, und das wird häufig in der Diskussion unterschlagen, dass hier der Stundenlohn gar nicht das Vergleichskriterium ist, weil in dem Tarifvertrag immer eine zwingende Umsatzbeteiligung vereinbart ist. Das heißt, wenn Sie am Ende umrechnen, was bleibt bei den Beschäftigten, bleibt sehr viel mehr als die niedrigen Zahlen, die da immer wieder in die Debatte geworfen werden. Insofern ist das kein Argument für eine Veränderung an der Systematik der Lohnfindung in Deutschland. Im Gegenteil möchte ich nochmal wiederholen. Wir haben das Mindestarbeitsbedingungsgesetz als die Möglichkeit, eine branchenbezogene Lohnuntergrenze für den Fall eines weißen Fleckes, wo es auch dann Lohnproblematiken gibt, einzuführen. Dass bis heute nur ein einziger Fall, ein einziger Lohnuntergrenze über das Mindestarbeitsbedingungsgesetz nicht eingeführt, sondern beantragt wurde, auch von den Gewerkschaften, von allen Beteiligten, das muss einem doch zu denken geben, ob das vorgebliche Problem der weißen Flecken überhaupt so existiert. Und die Frage, warum es da aber auf Handlungsnotwendigkeit über das Mindestarbeitsbedingungsgesetz hinaus gäbe, die muss die Union beantworten, das hat sie bis heute nicht getan. Vielen Dank. Vielen Dank.